Gut, wo fange ich an? Ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt drei Jahre her. Ich wollte meine vermisste Frau finden. Ich bekam eine Mail von ihr. Da stand, ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Als ich Mia fand, war sie in einem dunklen Keller eingesperrt. Sie war völlig von Sinn. Hat mich angegriffen wie ein wildes Tier. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Und damit herzlich willkommen bei Resident Evil The Village. Resident Evil, der achte Teil. Ja, das war gerade die Vorgeschichte, was gerade alles so im siebten Teil passiert ist. Für alle diejenigen, die den siebten Teil nicht gesehen haben oder nicht gezockt haben. Ja, was uns hier erwartet. Ich weiß, zu dem Teil weiß ich noch gar nichts. Ich habe mich versucht von allen Spoilern wegzuhalten. Denn, ja, das werden wir jetzt alles gemeinsam erkunden. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Äh, ja gut, Veteran werde ich nie im Leben packen. Deswegen lassen wir das mal auf Standard. Ich glaube, das ist eine gute Balance, wie es da steht. Und wir gucken mal. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Bären für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Bärenbüsche leer. Fest entschlossen Bären zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhalten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. Komm, Kind, stille deinen Durst, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. Komm, Kind, wärme dich, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe. Finster und stolz. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es sowas Gruseliges sein? Sie ist erst sechs Monate alt. Die Frau im Laden meint, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Ich... Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mach ans Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. So. Hast du was gesagt? Dürfen wir jetzt? Nein, nein, alles gut. Ich... Darf ich auch mal, ja? Ja, wie ihr seht, ist es auch das erste YouTube-Video mit der neuen Facecam. Also könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch denn... Oh. Guck mal hier, Kleines. Bist du ein Mädchen? Ja, Rose, ne? Ja, klar. Reicht, Freunde. Ja, komm, lass wir laufen. Was haben wir hier noch? Rose Windeln, sie wächst langsam aus ihnen heraus. Der Monitor des Babyphones, er ist ausgeschaltet. Ja gut, wir bringen sie auch erst gleich ins Bett. Ja, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so zusagt hier mit der Facecam. Die ist, glaube ich, noch nicht so optimal eingestellt, wenn ich mir das recht angucke. Aber das wird sich dann auch geben. Die ersten Folgen werden jetzt auch direkt auf YouTube erscheinen. Alle weiteren werden wir auch im Stream auf Twitch spielen. Da ist der Link unten unter der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Oh ja, unbedingt. Es ist so kalt gerade. Ja, ich bin jetzt nicht der Resident Evil-Profi. Also erwarte da nicht allzu viel von mir. Den siebten Teil, muss ich gestehen, habe ich tatsächlich auch nicht gezockt. Den habe ich mir tatsächlich auch nur auf YouTube angeguckt. Aber alles, was ich zu diesem achten Teil jetzt gehört habe, ist, dass er nicht allzu lange gehen soll. Deswegen werden wir die Zeit auch nutzen und uns hier ausgiebig umgucken. Ich werde das in all seinen Facetten genießen. Wie viele Bücher denn noch? Mein erstes Buch auf ABC. Mit sechs Monaten. Obwohl, das ist bestimmt ein Bilderbuch, ne? Und das ist unsere Frau. Aber das ist doch nicht Mia, oder? Oh, Mia. Ein echtes Wunder. Das ist Mia. War die nicht schwarzhaarig? Hab ich das gerade falsch auf dem Schirm? Verwechsel ich da was? Vor drei Jahren hätte ich mir das nicht mal im Traum vorstellen können. Uh. Wenn du groß bist, stoßen wir gemeinsam an, versprochen? Das werden wir machen. Oh. Was haben wir denn da drin? Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Misty und... Was soll denn das heißen? Wäre mal nicht frech. Greatest Jazz. Oh. Lecker Essen. Nicht so wie am Anfang vom siebten Teil. Da sah es noch ein bisschen anders aus. Ja, es ist Schlafen-Zeit, Ethan. Halt dich besser fern von. Bring Rose schnell ins Bett, ja? Ja, mach ich. Ich soll mich von dir fernhalten, wenn du kochst. Äh, Hilfe? Hey, was soll das werden, Mister? Ich, ich halte mich von dir fern. Woos-Menü, Februar. Sechster, zweiter, Reise-Zerialien, Bananenmus. Siebter, zweiter, Süßkartoffelbrei, Rahmspinat. Ethan. Wehe, du tust dir Zucker oder Honig ins Essen. Keine Pilze. Ja, apropos Pilze. Am letzten Teil haben, äh, haben die Infektionen ja quasi Pilze verursacht. Oder ein Pilz, um genau zu sein. Die Evelyn? Nö. Evelyn, glaube ich, ne? Ich bin gespannt, was uns in diesem Teil erwartet. Woos-Sex-Monatiges. Also, gerade frisch das Foto. Hipp. Ach, hopp. Nicht hip, hopp. Hip, hip, hopp. Ah, verstehe. Doch nicht Jazz. Können wir hier auch ein bisschen schneller laufen? Nee. Wo hast du denn dein Leinzimmer, Woos? Oben. Ist ja auch noch alles so harmonisch jetzt gerade, ne? Ja, ist ja gut. Ja. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja, hätten wir mal lieber ABC gelesen. So, ich will jetzt noch nicht gleich schnurstracks in dein Zimmer laufen, Woos. Das sieht nicht nach deinem Zimmer aus. Musst du nochmal AA? Ist schon ein großes Mädchen, ne? Was? Mias Medizin. Seit dem Vorfall muss sie sich an eine strikte Diät halten. Okay, und die liegt hier so frei rum. Mit Kindern im Haus ist das jetzt aber nicht so tüffig. Die kommen überall ran. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Oh, Woos freut sich. Woos liebt auch das Lied. Gehen wir mal hier hinten erstmal hin. Oh, hier ist aber Duscher, die Ecke. Müssen wir mal gucken, ob das auch so von der Dunkelheit her geht. Ich glaube, ich sollte auch mal Licht ein bisschen heller machen. So. Dann ist auch dieser komische Schatten von der Kamera ein bisschen besser. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Was, das ist Rose Zimmer? Achso, nicht bevor sie anfängt zu laufen. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalvey geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts vom giftigen Gas in Dalvey, Louisiana. Das war am letzten Teil, glaube ich. Im Jahre 2017 wurden am 18. diesen Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack Bay, 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Oh, wie hießen die? Baker ist es, ne? Jack Baker. Mit Ethan und Mia sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens zehn Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Ist das schon so lange her, ja? Was war das? Also, Müll. Was auch sonst? Die Architektur osteuropäischer Burgen und Wehrtürme aus historischer Sicht von George Trevor. Wer kennt's nicht? Alle Bände gelesen. Fast da, meine Kleine. Fast da. Wir haben's gleich geschafft. Ging die Tür grad von alleine auf? Hallo? Das ist das Elternschlafzimmer, würd ich sagen. Was haben wir da? Nix. Ein ganzer Kleiderschrank voll nichts. Na, guck mal. Da ist auch wieder PP. Das ist auch nochmal ein ABC-Buch. Okay, da müssen wir dich reinlegen. Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Oh, mit Teddy. Und reichlich Spielsachen hat sie auch. Ja, der Rose geht's gut. Ja. Ja, doch. Ach, das ist die Geburt. Ultraschallbild. Das sind aber schöne Bilder. Ich wusste, das könnte immer so bleiben. Oh, das mit dem Teddy da unten. Gott, die sind schöne Bilder, ne? Die sind photogen. Überlebender an der Waffe. Handhabung, schwere Geschütze und Kapsel. Ich weiß, was ich gesehen habe. Oh, guck mal hier. Der darf nicht fehlen, ne? Oh, hallo, kleine Rose. Ja, wollen wir noch ein bisschen Musik hören zum Einschlafen. Name Rose Marie Winters, Geburtsdatum 2.08.2020. 62,3 cm bei 6,57 kg. Untersuchung, Hör- und Sehvermögen, Berührungsempfinden, Reflexe. Keine Auffälligkeiten. Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen. Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. Appelfeld Memorial Krankenhaus. Kein Grund zur Sorge. Alles gut. 6. Februar 2021. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor drei Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Europa? Okay. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistet? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Ja, aber so leicht zu verarbeiten ist das sicherlich auch nicht. So, dann legen wir dich mal schlafen, ne? Muss das Mobile nicht eher über den Kopf sein? Es gibt doch keine bösen Monster. Sag doch nicht sowas. Ach, jetzt hätten wir uns auch noch umschauen können. Also wir gucken mal, ob Essen fertig ist. Ja, da schaut gut aus. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Aua. Das ist Chorba de Legume. Ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hm? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Frankreich? Hm. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana. Die Schwangerschaft. Der Umzug an Chris. Die Militärausbildung. Es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose. Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Sprichst doch nicht wieder. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Ich weiß doch nicht. Mia, runter! Ja. Mia! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Chris war doch immer ein Guter. Chris Redfield. Aber beim ersten Schuss hat Mia nicht mal gezuckt. Rose, Befehlung! Sauber. Rose? Was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bring den weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Das Wiedersehen mit Chris habe ich mir anders vorgestellt. Das ist ja grausam. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Große Testergebnisse sind da und ich würde Sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um vier? Das passt. Bis dann. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey. Denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Stimmt doch was nicht mit Rose? Das hundertsten Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein! Um uns geht es! Um dich geht es! Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Jetzt blicke ich gerade gar nicht mehr durch. My little angel. Wer ist das jetzt, der da liegt? Wir brauchen Zeit. Wie ist der Startflug? Ist das direkt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Wer ist da? Das ist dein sicherer Zertal. Verhalten ist der Druckdruck. Oh, fuck. Ist Chris jetzt mit Rose durchgebrannt? Oder wurden die abgefangen? Oder was ist hier passiert? Scheiße, was ist passiert? Ja, das freu ich mich auch gerade. Das ist ein BSAA-Agent, ja? Missionsziele. Ziel eliminieren. Leiche sicherstellen. Bergung von Rose Marie und Ethan Winters. Ethan auch? Was hat denn Ethan jetzt mit der Sache zu tun? Überführung von Rose Marie und Ilfen Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens zwei Offiziere als Begleitung während des Transports. Können wir uns auch duken? Ja, können wir. Aber hier kommen wir nicht rein, oder? Nein. Okay, wir wurden wegtransportiert und hatten einen Unfall, so wie es aussieht. Das sind Schleifspuren? Wollen wir langgelüften? Ich hoffe mal, dass es jetzt im Video nicht zu dunkel hier. Das sind nicht nur meine Schritte, oder? Ich werde mir das nach der Folge mal angucken und wenn es zu dunkel ist, schraube ich die Helligkeit nochmal ein bisschen hoch oder liegt ein Filter drüber. Heller machen kann man das Bild immer noch, bloß... Dunkler machen ist immer schwierig. Ja, das ist schon... Gut. Geht's hier noch irgendwo hin? Wieso? Nein, okay. Ah, okay. Hier sollen wir drunter hocken. Stacheldraht. Das war so klar. Typisch, dass man sich verletzt. Man weiß da, Stacheldraht ist extra... Na gut. Er hat auch gerade seine Tochter verloren hier. Er hat vermutlich verloren. Und Mia verloren und hier ist die tote Krähe. Alter, was sind das für Geräusche? Boah. Gut, dass ihr jetzt nicht wisst, was ich für einen Puls habe. What the fuck? What the fuck? Oh Gott. Die Krähe lebt noch. Oh, Alter. Man, ich sowas. Jetzt mit der Kamera habe ich zum Glück eine Ausrede, dass ich das mit Licht zocke. Oh Gott. Ich finde den Weg nicht mehr. Wo geht's lang? Ich glaube, mein Puls sprengt gerade alle Rekorde. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade den Weg ab. Alter. Sind das Wölfe? Nee. So ein richtiges gurgelndes Knurren. Tote Fische. Hier ist alles tot. Oh, eine Hütte. Hallo? Jemand da? Haben wir hier eine Waffe irgendwie? Können wir hier irgendwas mitnehmen? Ich will mich ganz genau umschauen. Ich brauche alles zum Überleben, was ich finden kann. Ist das Bier? Nimm mich auch zum Überleben. Seil? Ja, kann man gebrauchen. Nimm mit. Nimm den nicht mit. Vertrocknete Pflanzen. Was er jetzt auch tut. Sah jetzt eh nicht so sauber aus. Knoblauch? Und wieder diese Pillen. Und Nasentropfen. Okay. Alles gut. Beruhig dich. Hier ist auch einfach nichts drin, ne? Das war ich nicht, oder? Ist das Blut? Gehen wir mal davon aus, dass das auch nur Wein ist. Alter. Wieso ist das so fucking dunkel hier? Und so groß sah die Hütte von außen gar nicht aus. ein Bild? Ein Bild? Von Jesus? Von einem abstrakten Jesus? Natürlich. Was ist das? Ist das ein bestimmtes Zeichen? Muss mir das was sagen? Wohnt hier eine Sekte? Komm gleich. Oh, Blut am Schrank. Oh nein. Nein. Ja, das war jetzt nicht gruselig. Ivan, ich bitte dich. Okay, das war aber alles hier, oder? Also, die Hütte hätten wir uns quasi... Kann ich mich irgendwo verstecken? Im Schrank. Ich verstecke mich im Schrank. Lass mich rein hier. Los. Komm, geh rein. Ach, geht nicht. Was war das? Hat ein Tornado rübergefegt? Jetzt hätte ich echt gerne Waffe. Mit der Waffe würde ich mich viel besser fühlen. Fuck ey. Bist du echt? Nee. Wieso stürzt hier einfach einen Schrank um? Ob das so eine gute Idee ist? Kein Leermachen. Kein Leermachen. Oh. Ich glaube, Ivan braucht erstmal eine Tetanussspritze, oder so. Wie ist das passiert? Okay, da ist jemand mit dem Kopf durch die Wand. Okay, der Ausgang ist vernagelt. Haben wir fast gedacht. Aber es ist heller geworden, oder? Okay. Ich bin doch gerade nicht rübergesprungen, oder? Ich sehe gerade, die erste Folge wird wohl ein bisschen länger gehen. Aber jetzt kann ich auch endlich mal sprinten. Oh, zum Teufel bin ich. Okay. Da ist... Das Village. Das Dorf. Und das schlägt... ... zur Stunde der Hexenverbrennung, oder so. Keine Ahnung. Was die hier für Praktiken haben. Oh, du bist aber... ... ein gut genährtes Pferd. Nur nicht mehr ganz so lebendig. Okay, ich denke mal, hier geht's weiter. Mal hier kurz um die Ecke gucken. Ja, okay. Gehen wir erstmal hier rein. Aber wieso hängt hier überall Knoblauch? Geht's hier im Teil um Vampire, oder? Okay, hier kann man das Schloss knacken. Haben wir einen Dietrich irgendwie? Würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen. Und das sieht aus, als ob das auch jemand nicht so geschmeckt hat. Also, die Geräuschkulisse hier schon mal. Mega. Richtig gute Atmosphäre. Okay. Aber hier liegt auch kein Dietrich. Nichts. Hätte jetzt gedacht, dass wir den hier vielleicht finden. Aber nope. Habt ihr das gesehen? Ja, und hier war ein Code zerschnitt. Denn, ja, ich hab die erste Folge zwar schon hochgeladen. Aber, ich hab den falschen Encoder verwendet. Ich dussel. Und dadurch hat's ab jetzt angefangen, ein bisschen zu ruckeln. Und, ja, wir sind zu dem Entschluss gekommen, das ist nicht die Qualität, die wir liefern wollen. Und deswegen machen wir das Ganze einfach nochmal hier. Deswegen nicht wundern, warum ich an einigen Stellen nicht mehr so überrascht bin. Einfach nur, weil ich's jetzt schon einmal gesehen hab. Aber, so wie ich mich kenn, werd ich mich trotzdem noch erschrecken. Also, vor euch ändert sich eigentlich kaum was. Nur, dass ich euch dieses Ruckeln nicht antun muss. Und da die Aufnahme gestern war, und ich das heute nochmal neu aufnehme, hab ich das meist auch schon wieder vergessen. Also, ich hab mich mal nicht eben umgezogen oder so. Ist tatsächlich neuer Tag. Fast genau 24 Stunden. Und, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich zum Schluss alles gesagt hab. Da waren sicherlich noch einige wichtige, interessante Dinge mit bei. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, ähm, ich schau mich hier zwar gründlich um in den... Ich hab's euch gesagt. Ich schau mich zwar gründlich um in diesen Spiel. Also, ich... Gerade da, äh, da ist auch... Ja, nicht allzu lange geht. Ich glaub, 8 oder 10 Stunden oder so ist, äh, angepriesen. Gerade deswegen werden wir uns hier viel, viel Zeit lassen. Alles ganz genau anschauen. Aber da ich doch oft ein Dussel bin, manchmal ziemlich verpeilt und orientierungslos werde ich das eine oder andere hier sicherlich übersehen. Und, da kommt ihr denn ins Spiel. Wenn ich hier was übersehen haben sollte, schreibt's mir doch gerne einfach mal in die Kommentare. Ja, dass ich nicht ganz so blöd stehe. Wäre super lieb von euch. Das sieht auch schon cool aus, wie das, wie das Schloss da hinten so thront. Das sind Ziegenköpfe. Das hab ich beim ersten Mal auch nicht erkannt. Ich dachte, hier hängen einfach nur wieder Krähen rum. Das ist, äh, ein bisschen pervers. Aber, naja. Jeder, der, äh, die Deko so wie er's mag, ne? Und irgendwo her kommt Musik her, ne? Das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ja, vielleicht, wenn, wenn ich mich hier eingefuchst hab und, äh, die erste Runde durch hab oder so, ähm, machen wir vielleicht auch nochmal einen Run hier auf, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt hier der höchste Schwierigkeitsgrad? Veteran. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann, äh, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Schenkt uns ein bisschen Liebe. Schreibt's auch gerne in die Kommentare. Dass ihr da Bock drauf habt. Ah, hier haben wir das Messer bekommen. Ja, sehr schön. Ich weiß jetzt auch gar, äh, tatsächlich noch gar nicht, ob ich, äh, die zweite Aufnahme so lassen kann, wie ich sie bisher hab oder ob ich das Spiel nochmal laden kann dann. Weil da hab ich ja natürlich gespeichert. Okay, raus kommen wir auch nicht mehr. Ich wollte jetzt gucken, ob wir das Schloss damit kaputt kriegen. Aber hier sieht das Essen heute schon nicht mehr ganz so lecker aus, ne? Das sieht einfach aus wie reingebrochen und da drin schwimmt irgendwas. Boah. Ja, gucken wir mal, was uns hinter diesen Vorhang erwartet. Alter, der hätte uns eigentlich den Kopf wegpusten müssen. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Psst. Oh nein. Sie kommen. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu? Messe? Dann gib her. Gib her. Wer ist denn da draußen? Hey. Haben Sie gehört? Hey. Da geht er ab durch die Decke. Und wir versinken im Boden. Eine Leiche? Nee. Den geht's gut. Der schläft nur. Noch mehr? Ja, Gruppenkusche. Alles gut mit denen. Ja. Wo das Vieh hin ist, was uns hier jetzt runtergezogen hat. Also den Kumpel, den wir hier haben, der uns die Waffe geschenkt hat, den hat es ja anscheinend gleich zerledert. Aber wir sind typischerweise mal wieder glümpflich davongekommen. Und ob das auch weiterhin so bleibt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne Liebe da. Ein Däumchen, ein Abo, wenn es noch nicht da ist, würde uns mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.